. 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 Es gibt nämlich bestimmte Gegenstände, die machen Geräusche und daran kann man halt die Leute dann hören. Aber jetzt machen wir die Kerle mal verrückt. Vielleicht fallen sie ein bisschen da auch rein. Wie gesagt, was Time to Clock sagt. So. So. Dann gehen wir mal ein bisschen in Hex noch mal rein. Bei Durst, bei Dursti, Tomato, Dursti, Tomato, ach wir gehen Dursti. Mal gucken. Oder wir gehen noch mal Tomato kurz. Da hatten wir ja gerade schon einen schönen Highlight gehabt mit den zwei Kills. Ah, die Goldgrube wartet immer. Na회genden. Da sind wir gerade. So. Da ist die Internet. So. 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 hopfhörer wollte mich verarschen einer links einer rechts alter holz obwohl das stein ist es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kollege Warte War der Erste Hier waren gerade noch zwei, richtig? Merkwürdig Hä? Ey So, mal gucken Wo geht man denn runter? Das Verfahren Ich mach mal jetzt so Ich werd Mal mit Nur Grauen Gegenständen Versuchen Leute zu killen Vielleicht haben wir Glück Dann gehen wir wieder runter, ok Okay, jetzt bin ich erstmal ganz gut, mal die Linie hier Davor wir loslegen Dann haben wir einen grauen Gegenstand Dann können wir nämlich die Pumpgun, die ich nämlich nicht mag Das ist das Problem mit der leichten Munition Das ist das Problem mit der leichten Munition Aber die sollte schon mal für den Anfang reichen auf jeden Fall Okay, die nehmen wir jetzt trotzdem mal mit Und weiter Der Ich weiß, ja nie Ich weiß, ja nie Ah nie, wir werden die Oh gucken was wir hier hinten jetzt so schönes finden nochmals haben wir auf jeden fall das ist tilte towers wie immer die metzeln sich nieder wir können ja mal gucken gleich der eifer extra außenrum mal dann haben sie die meisten im gewehr oder sonst irgendwas niedergemetzelt abschund zwar im wiesent abschund zwar im wiesent Untertitelung des ZDF, 2020 Wollen wir den Trick mal anwenden? Wir machen das Malz. Wir machen das Malz. Der kommt gleich. Okay. Und seid beim nächsten Video dabei.